Gott lässt mich lachen, der Monatsspruch, er lässt mich auch dann lachen, wie es mir heute Morgen passiert ist in der Hektik des Sonntagsmorgens, ich aus Versehen gegen meine Kaffeetasse am Schreibtisch stoße und dann der ganze Kaffee über den ganzen Schreibtisch verteilt ist. Das passiert so alle ein, zwei Jahre mal, dann musste ich auch lachen. Demnächst werde ich noch zum Thema Hektik was predigen. Eigentlich, wenn man hektisch wird, dann passiert das Gegenteil, dann wird man nicht schneller, sondern langsamer, weil dann eben das eine oder andere Unglück passiert. Ja, ein Pfarrer fragte einmal in der Religionsstunde, und was geschieht, wenn du eins der zehn Gebote brichst? Mexien antwortete ganz locker, na dann sind es eben nur noch neun. Eine Antwort so ganz nach dem Motto, je weniger Gebote mein Leben einschränken, desto besser. Neun sind besser als zehn. Aber das ist ein gewaltiger Trugschluss. Wir haben ja vor zwei Wochen eine neue Predigtserie begonnen. Ich habe sie genannt, die zehn Angebote Gottes für ein befreites Leben. Und meine Einführungspredigt Null, Liebeserklärung, das war ja der Fokus der letzten Predigt, der Einführungspredigt, und da habe ich ja versucht rüberzubringen, es geht bei diesen zehn Geboten oder auch Angeboten Gottes, nicht um ein Regelwerk, das wir Gläubige jetzt abhaken müssen. Also nicht um eine Zwangsjacke, in die uns Gott, der uns zuvor befreit hat aus der Sklaverei, damals das Volk Israel, uns aus der Sklaverei der Sünde der Verlorenheit, und er uns jetzt in eine neue, eine andere Zwangsjacke hineinsteckt. Nein, es geht bei seinen Geboten, bei seinen zehn Angeboten für ein befreites Leben um lebensförderliche Anweisungen, entsprechend einer guten Bedienungsanleitung, damit das Produkt, in dem Fall wir, Gottes Schöpfung, ein gutes, ein funktionierendes, ein gelingendes und ein erfüllendes Leben führen können. Und daher habe ich dann auch die Gebote auch als Angebote bezeichnet. Angebot in dem Sinn, dass Gott uns Menschen einlädt. Komm, halte dich an meine guten Ratschläge und erfahre, wie dein Leben dadurch geschützt, bereichert und gesegnet wird. Probier es aus, dann wirst du es erfahren. Natürlich sind diese Angebote auch Gottes unmissverständliche Forderung an uns. So, Mensch, sollst du leben. Das ist das Gesetz, aber es ist zugleich Evangelium. So, Mensch, darfst und kannst du leben, nämlich dann, wenn du mit mir in einer Liebesbeziehung lebst. Dann, so Johannes, sind Gottes Gebote nicht schwer zu halten. Ohne Gott, ohne diese Glaubensbeziehung wird der Mensch an diesen Geboten immer wieder scheitern. Das habe ich schon vor zwei Wochen deutlich gemacht. Aber mit Gott, in dieser persönlichen Liebesbeziehung, da werden uns diese guten Gebote und Angebote wirklich zu einem erfüllten, guten, befreiten Leben verhelfen. Und wir wollen in den nächsten Wochen einfach mal auf eine Entdeckungsreise gehen. Gebot für Gebot oder Angebot für Angebot anschauen und wirklich hoffentlich erkennen, wie gut, hilfreich und befreiend Gottes Gebote sind. Ja, nach der Einführungspredigt 0 kommt die Predigt 1. Ich habe sie bezeichnet nur einer. Nur einer. Und wir hören auf den kurzen Text aus 2. Mose 20, 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir könnten auch übersetzen, du wirst, vielleicht auch sogar du brauchst, keine anderen Götter haben neben mir. Alle Gebote und Verbote des Dekalogs, so die Bezeichnung der 10 Gebote, haben zwei Seiten. Und zwar die Verbote, sie sagen uns, was wir nicht tun sollen. Und die andere Seite ist aber positiv formuliert, was wir anstelle dessen tun sollen. Und die Gebote, die sagen uns einfach, was wir tun sollen. Und die andere Seite ist, was wir lassen sollen. Und das wollen wir uns bei all diesen 10 Geboten, 10 Angeboten Gottes anschauen. Ein erster Gedanke heute. Erstes Gebot, die grundlegende Basis für alle weiteren Angebote Gottes. Luther sagte einst, das erste Gebot ist wie ein Reiter, der allen anderen vorausreitet und sie nach sich zieht. Von Zeit zu Zeit werden ja immer wieder in unseren Medien Umfragen gemacht, auch zu den 10 Geboten mit erschreckenden Ergebnissen, die belegen, wie immer weniger Menschen diese 10 guten Gebote oder Angebote Gottes kennen. Und eine dieser Umfragen veröffentlichte vor einigen Jahren der Spiegel und gefragt wurde, in dieser Umfrage, welche der 10 Gebote den Deutschen noch wichtig sind. Was meint ihr, auf welchem Platz ist das erste Gebot gelandet? Also das erste Gebot, worum das heute geht. Auf welchem Platz? Letzter Platz. Auf dem letzten Platz ist es gelandet. Also mit anderen Worten, das erste Gebot ist das unwichtigste Gebot. Und das ist eine fatale Fehleinschätzung. Eine absolut fatale Fehleinschätzung, denn die Reihenfolge der 10 Gebote ist alles andere als zufällig. Das erste Gebot steht an der ersten Stelle, weil es das Wichtigste ist und alle weiteren von diesem ersten Gebot abhängen. Ohne die Präambel und das erste Gebot zu kennen und zu verstehen, nimmt das Elend seinen Lauf. Da werden nämlich alle anderen folgenden Gebote falsch, werden missverstanden, werden als einschränkende, unangenehme Forderungen eines strengen und fordernden Gottes verstanden und damit missverstanden. Von der Präambel und dem ersten Gebot hängt alles andere ab. Und das habe ich ja schon auch in meiner Einführungspredigt versucht rüberzubringen. Dass eben hier deutlich wird, es ist eben nicht ein Regelwerk, was wir abarbeiten müssen, sondern es geht um die Liebeserklärung Gottes an uns, der uns befreit und der uns seine guten Gebote als Befreiung und als Schutz schenkt. Innerhalb eben dieser besonderen Liebesgeschichte. Und Gott stellt sich hier vor mit den Worten, ich bin dein Gott, der dich befreit hat. Oder auch, ich bin, der ich bin für dich da. Das ist die Grundlage. Ich bin derjenige, der dich befreit hat. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Ich bin der Gott, der für dich in Jesus ans Kreuz gegangen ist, um dich modernen Menschen zu befreien. Ich bin der Gott, der dir die Last der Sünde abnimmt und der dir auch die verordnete Strafe für die Sünde abnimmt. Das feiern wir nachher im Abendmahl. Ich bin der Gott, der dir die Freiheit anbietet und der sehnsüchtig darauf wartet, dass du dieses Angebot von Herzen annimmst. Das kommt hier in der Präambel und im ersten Gebot deutlich raus. Ich bin der Gott, der damals das Schreien seines Volkes in Ägypten gehört hat. Es ist der Gott, der auch das Gemecker seines Volkes in der Wüste, was dann folgte, immer wieder das Gemecker gehört hat und trotzdem dieses Volk liebt. Das könntest du vielleicht einwenden. Naja, ich bin nicht in Ägypten gewesen, höchstens vielleicht im Urlaub zum Kitesurfen oder ich war auch nicht in der Wüste, höchstens ein paar Stunden mit der Wüstensafari, mit dem Jeep. Dann möchte ich dir sagen, und ich weiß, dass hier einige von uns schon mal beim Ägypten Kitesurfen waren. Dann möchte ich dir sagen, dass natürlich Ägypten und die Wüste ein Symbol oder Symbole sind, sinnbildlich stehen für alle unsere Lebenserfahrungen. Und wir alle eigentlich grundsätzlich in dieser Situation uns befinden wie das Volk Gottes damals. Bei uns allen gibt es verschuldetes oder auch unverschuldetes Leid. Es gibt bei uns Meckern, Unzufriedenheit, Zweifel, Unglauben, Schuldigwerden an Gott und Menschen. Das gibt es alles in allen Formen und Nuancen. Und von daher sind all diese zehn Gebote Gottes heute genauso aktuell wie damals vor 4000 Jahren. Und wir wollen jetzt schauen, wie dieses erste Gebot oder das erste Angebot genau zu verstehen ist. Halten wir zunächst mal fest, es ist grundlegend für das Verständnis aller weiteren Gebote Gottes. Zweiter Gedanke. Es gibt nur einen wahren Gott, der geliebt werden soll. Nur einen. Das ist eine Aussage, für die ich bei Gesprächen mit säkularen Menschen heftigsten Widerspruch ernte. Die Aussage, es gibt nur einen wahren Gott. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch machst, ab und zu, wenn du mal mit Menschen ins Gespräch kommst. Heftigster Widerspruch. Das kann man so nicht stehen lassen. Alle Religionen sind doch irgendwo gleichwertig. Es geht doch um den gleichen Gott, der ist doch überall vielleicht ein bisschen anders erklärt. Doch der gleiche. Das hört man immer wieder. Immer wieder in unserer Welt des Pluralismus, in der es keine absolute Wahrheit mehr gibt, in der alle Religionen irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und von daher kein Wunder, dass dieses erste Gebot in den Umfragen den letzten Rang einnimmt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sagt Gott. Und mit diesem ersten Gebot sagt uns der eine wahre Gott unmissverständlich, und das hören wir vielleicht gar nicht so gerne, ich dulde absolut nichts und niemanden neben mir oder über mir. Das sagt Gott ganz unmissverständlich. Gott ist an der Stelle kompromisslos, exklusiv intolerant. Er duldet niemanden neben sich und auch niemanden über sich. Schon damals, zur Zeit Israels und auch später im griechischen Zeitalter war es genauso wie heute, waren die Menschen tolerant. Es gab damals, wie heute, heute in anderen Gewändern, aber damals die vielfältigsten, verschiedensten Götter. Die Religionen des Altertums und ihre Kulte waren auch in der Regel gegeneinander duldsam. Also wenn eine andere Volksgruppe oder andere Leute andere Götter hatten, dann war das für die Menschen interessant. Ach interessant, du hast einen anderen Gott als ich. Und oftmals hat man dann auch noch den anderen Göttern geopfert, weil es kann ja nicht schaden, wenn wir uns noch ein paar andere Götter auch irgendwie uns bei denen angenehm machen und die auf unsere Seite ziehen, indem wir ihnen etwas opfern, indem wir diese anderen Götter auch gnädig stimmen und bei guter Laune halten. So war die Haltung damals. Ach, noch ein paar andere. Gut, nehmen wir sie auch noch in unser Portfolio rein. Kann ja nicht schaden. Gottes Wort urteilt über diese typisch menschliche Gepflogenheit knallhart. Gottes Wort urteilt über die Götter und Götzen der Menschen knallhart. Immer wieder zum Beispiel im Prophetenbuch Jesaja mit dem Begriff, all diese Götter, all diese Götzen sind Nichtze. Nichtze. Das ist Nichts. Das sind Nichtze. Das sind tote Hölzer oder irgendwie Metall- oder Goldskulpturen. Die können nichts. Menschenhände machen die. Holz wird ein Baum gefällt, zersägt, klein gehackt. Und mit der einen Hälfte wird ein Götze geschnitzt, die andere Hälfte dient für den Ofen, damit es warm wird im Gottesdienstsaal. Nichts, das ist nichts. Diese Götter können nichts. Sie sind nichts. Sie sind von meinen Geschöpfen gemacht und werden jetzt von meinen Geschöpfen als Schöpfer und als Gott angebetet. Was für ein Blödsinn. Was für ein Irrsinn. Und Gott sagt, solchen Nichtzen wollt ihr euch jetzt unterwerfen? Wollt ihr opfern? Wollt ihr euch abhängig machen von denen? Dann vergesst das. Allein mir gebührt die Ehre und Anbetung. Das verkündigt der leidenschaftliche Gott immer wieder. Im Alten Testament und im Neuen auch. Gott duldet niemanden neben sich. Er duldet keine Konkurrenz. Und ehrlich gesagt gibt es auch keine Konkurrenz zu ihm. Jesaja 44, da lesen wir, gibt es irgendeinen Gott außer mir, fragt Gott. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Außer mir existiert kein Gott. Es gibt keinen. Und genau deswegen ruft er uns im ersten Gebot dazu auf, ihn leidenschaftlich zu lieben, den einen einzigen wahren Gott, uns ihm hinzugeben und ihn zu lieben. Und das bedeutet eben auch, Gott soll keine Nebensache sein in deinem Leben. Gott soll in deinem Leben nicht so nebenherlaufen. Eines von vielen Dingen. Nein, er soll und er will die Hauptsache sein in deinem Leben. Und an der Stelle schlucken wir vielleicht und wenn wir ehrlich sind und diese Frage mal oder diese Aussage auf uns wirken lassen und ehrlich von selbst sind, müssen wir allzu oft zugeben, Gott ist doch oftmals Nebensache. Eine Sache von vielen. Ist ja gar nicht so sehr die Hauptsache an der ersten Stelle, was mich Tag und Nacht beschäftigt und erfüllt und meine Gedanken auf ihn gerichtet sind. Oftmals ist es ja anders. Gemeint ist hier, es soll nichts anderes neben Gott geben. Man könnte es auch übersetzen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir oder im Widerspruch zu mir. Nichts, was Gott widerspricht und widersprüchlich ist zu dem einen wahren Gott, soll eine Bedeutung in seinem Leben haben, die so wäre wie Gott. Gott soll keine Nebensache sein. Wer etwas anderes neben oder über Gott stellt, verleugnet im Grunde Gott. Der erklärt damit, Gott ist für mich nicht mehr Gott. Neben Gott gibt es keinen Platz für andere Götter. Der Prophet Elia hat genau dafür geeifert. Vielleicht kennt ihr diese Aussage aus 1. Könige 18. Da trat Elia vor die Menge und rief, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Da war Baal und Gott, das stand nebeneinander. Und die Israeliten haben beides berücksichtigt und haben es versucht, irgendwie beides in ihr Leben zu integrieren. Und Elia sagt, ihr hinkt. Auf beiden Seiten. Ihr könnt nicht mehr gescheit gehen. Ihr hinkt. Wer von uns hinkt, vielleicht aufgrund von Hüftschmerzen oder was weiß ich, der weiß, wie unangenehm das ist. Und Gott sagt, ihr hinkt jetzt auf beiden Seiten. Mit beiden Beinen, weil ihr beides wollt. Das geht nicht. Und genau diese Sünde Israels damals ist, denke ich, dieses Nebeneinander ist auch die Gefahr heute für uns. ist die Verführung auch in unserem Leben heute. Gott und. Und wenn es noch schlechter ist, das andere noch viel höher als Gott. Und Gott so ein bisschen noch. Gottes Ehre ist unteilbar. Und Gott sehnt sich danach, dass wir mit ungeteiltem Herzen ihn lieben und ehren. Und das ist eigentlich die Kehrseite dieses Gebotes oder dieses Verbotes. Sollst keine anderen Götter neben mir haben. Positiv formuliert, du sollst Gott von ganzem, mit ganzem ungeteilten Herzen lieben. Das ist Gottes Aufforderung mit diesem ersten Gebot. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir genau damit aus in deinem Leben? Ist Gott eine Nebensache? Etwas, was so vielem, neben vielem anderen nebenherläuft? Man müsste mal darüber länger nachdenken. Der Apostel Paulus macht in 1. Korinther 8 folgende Aussage. Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, sogenannte, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott. Den Vater, der alles erschaffen hat, und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde, durch ihn haben wir das Leben empfangen. Das ewige Leben, wenn wir unser Leben Jesus geben. Und Israel, das Volk Israel, dem hat Gott damals das sogenannte Schema mitgegeben. Höre Israel, heißt das übersetzt, das ist das Gebet, das wichtigste Gebet des Volkes Israel, was jeden Tag, morgens und abends gebetet wurde und was genau Gottes Volk auf diese Wahrheit hinweist. 5. Mose 6, 14 folgende. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen. Wir kennen diese Worte aus dem Neuen Testament, immer wieder zitiert. Also, mein liebes Volk, das ich erlöst habe, das ich aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt habe, bete dieses Gebet jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend und mach dir das bewusst. Es gibt nur diesen einen Gott, ich bin es. Und liebt mich von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen. Und was passiert? Wir wissen das vom Alten Testament Israel, dass dieses Gebet jeden Tag mehrfach betet, scheitert genau an diesem Punkt immer wieder. Unmittelbar, bevor sie die zehn Gebote von Mose empfangen, gießen sie sich das goldene Kalb und tanzen darum herum und beten es an. Dann, ich habe es schon erwähnt, das zigfache Murren in der Wüste gegen Gott, der sie tagtäglich versorgt, 40 Jahre lang und das Volk murrt und murrt und beschwert sich. Das ständige Vergessen der Rettungen und Wunder Gottes. Als Joshua stirbt, lesen wir im Buch Joshua und dann im Buch der Richter, vergisst sein Volk seinen Gott und dient anderen Göttern. Richter 2, den Götzen der Völker ringsum liefen sie nach und beteten sie an. Die Propheten ermahnen immer wieder das Volk, Jeremia, Jesaja, da lesen wir mich, die lebendige Quelle, verlassen sie, klagt Gott sein Volk an. Oder von mir sind sie abgefallen, von mir wollen sie nichts mehr wissen. So erschreckend, oder? Die beten dieses Gebet jeden Tag zweimal und trotzdem vergessen sie Gott und laufen sie anderen Göttern nach. Von daher ruft dieses erste Gebot uns Menschen dazu auf, liebe deinen Gott, der dich befreit und erlöst hat, von ganzem ungeteilten Herzen. Das ist die Botschaft dieses ersten Gebotes. Und es ist die größte Gefahr, dieses geteilte Herz zu haben, in dem so viele andere Dinge Platz finden und manchmal auch so viele andere Dinge mehr Bedeutung gewinnen als der eine wahre lebendige Gott, der uns erlöst hat. Und von daher, und das ist mein dritter Punkt, ist die Frage so wichtig, drittens, woran hängt dein Herz? Martin Luther hat ja zum ersten Gebot gesagt, dein Gott ist, woran du dein Herz hängst. Dein Gott ist, woran du dein Herz hängst. Und von daher ist die Frage so eminent wichtig, woran hängt dein Herz? Wohin zielen offen oder verborgen deine Wünsche? Was boomt in deinen Gedanken? Was nimmt dich ein tagtäglich? Es gibt ein paar Testfragen, die uns helfen können, eine Antwort darauf zu finden. Zum Beispiel, von welchen Bereichen deines Lebens würdest du sagen, das ist mir heilig, darauf lasse ich nichts kommen, das lasse ich mir nicht nehmen. Gibt es sowas? Oder die Frage, was beschäftigt mein Denken, meine Gedanken am allermeisten? Oder worüber rede ich am liebsten? Was lese ich am häufigsten? Das sind so Fragen, die deutlich machen, woran hängt eigentlich mein Herz? Martin Luther hatte recht, als er sagte, es kann uns alles zu einem anderen Gott werden. Alles hat das Potenzial dazu. Meine Selbstverwirklichung, mein Autokult, mein Körperkult, mein Bankkonto, der Fußballklub, Sex, ein mir lieber Mensch, mein Kind, mein Häusle, ein Idol, übrigens Idol, kommt aus dem Griechischen, Edo Lola Tria, Götzendienst, Götze. Idole, Menschen, die wir anhimmeln, sind Götzen. Ein Zwölfjähriger hatte begriffen, worum es geht, als er sagte, dann kann ja auch mein Skateboard mein Gott sein. Ja, so ist es. Als Jugendlicher war mein Tischtennisschläger mein Gott. Ich habe jahrelang fünf bis sechs Mal die Woche vier, fünf Stunden trainiert und Turniere gespielt und Punktspiel gemacht. Das war die Nummer eins. Deswegen habe ich damit auch erst mal ein paar Jahre aufgehört, als ich Jesus kennengelernt habe und mein Leben Jesus gegeben habe, um ganz bewusst hier einen Cut zu machen, zu sagen, so toll das war und so erfolgreich ich war damit, es hat jetzt in diesem Augenblick keine Bedeutung mehr. Alles kann mir zum Gott werden. Und der Mensch hat offensichtlich diese fatale Neigung, sich seine eigenen Götter zu machen, zu schnitzen, was auch immer. Eine fatale Neigung des Menschen. Und jemand meinte einmal, ich zitiere, vielleicht wird es uns sehr gotteslästerlich vorkommen, aber wahrscheinlich wäre es die nackte Wahrheit, wenn auf dem Altar in der Kirche kein Kreuz stünde, sondern ein Geldsack lege, ein Aktienpaket, ein Bild vom goldenen Kalb, ein Mitgliedsausweis vom Fitnessstudio und dann fällt man vor diesem Altar auf die Knie, der eine oder andere vor diesem, der andere vor jenem und dann wird gesungen großer Mammon, wir loben dich, Mammon, wir preisen deinen stärker. Klingt ein bisschen gotteslästerlich, aber wenn wir ehrlich sind, ist das vielleicht ein Bild, was gar nicht so selten zutrifft. Nach dem Propheten Habakuk sind Götzen nicht nur handgreiflich, nicht nur Gegenstände, die wir machen, sondern oftmals auch viel subtiler und unterschwelliger. Habakuk bezeichnet die Habsucht und den Geiz als Götzendienst und nach 1. Samuel ist der ungehorsam Götzendienst. Warum? Weil der eigene Wille mehr verehrt wird als Gottes Wille. Weil das, was ich will, mir wichtiger ist als das, was Gott will. Und diese Ego-Kultur, sage ich nichts Neues, die ist ja hoch aktuell und die zeigt sich ja immer wieder auch an dieser eine Frage, die häufig gestellt wird, die Frage, was bringt mir das? Kennen wir alle, was habe ich davon? Was bringt mir das? Ich höre auf mich, auf meine Gefühle, auf meine Wünsche, auf meine Vorstellungen und das scheint der zentrale Code des modernen Götzendienstes zu sein. Was bringt mir das? Was habe ich davon? Das ist eigentlich das, woran mein Herz hängt. Der deutsche Dichter Matthias Claudius sagte vor gut 200 Jahren, hau deine Götzen mutig um, es sei Gold, Wollust oder Ruhm. Reimt sich sogar. Und ich möchte ergänzen und damit schließen, häng dein Herz ganz an Gott. Häng dein Herz ganz an Gott, an den einzig wahren Gott, den einzigen, der dich liebt, der dich befreit von zerstörerischen Bindungen, der dich heilt von Schmerzen und Wunden, die das Leben geschlagen hat. Der Gott, vor dem sich einmal alle Kniebeugen werden und vor dem einmal alle Götzen und Götter dieser Welt als nutzlose Nichtze in sich zusammenfallen werden, zu Staub werden. Diesem wunderbaren Gott, dem allein, so das erste Gebot sei Dank, Ehre, Ruhm und Anbetung in alle Ewigkeit. Amen.